Wir sind Thermoclon! Wenn man die Ware der ganzen Welt arbeiten will, kommt mit Logistik zu schauen. Meine Tätigkeiten sind Ware annehmen, Ware einlagern und auslagern, in die Produktion bringen, von der Produktion die fertigen Maschinen verpacken und bereit machen für den Versand. Anforderungen sind, gut im Team arbeiten, mathe Verständnis und ordentlich arbeiten. Ich finde es cool, die Möglichkeit zu bekommen, zwei, drei Monate ins Exportbüro arbeiten. Bei dem Thermoplan profitiert man nebst der Semesterprämie auch noch von den coolen Lehrlingsausflügen. Mit meinen Berufsbildern habe ich es mega gut und es macht sehr viel Spass, mit ihm zusammenzuarbeiten. Bei den Thermoplan kann man durch alle Teile der Logistik durch, damit man den ganzen Warenfluss kennt. Ich arbeite in einem mega coolen Team, das immer für mich da ist, wenn ich Fragen habe. So, das wäre es gewesen. Die Maschine ist draussen. Wenn dich der ganze Prozess der Logistik auch so interessiert, dann bewirte dich jetzt.